Musik Beim Eurovision Song Contest ist das mit der unfreiwilligen Komik so eine Sache. Die ist zweifellos auch vorhanden, aber in diesem Jahr spielten Dinge mit hinein, die gar nicht so witzig sind. Ja, von den aufgeheizten Zeiten bleibt eben auch dieser Musikwettbewerb nicht verschont. Ich habe gleich einen Gast, mit dem ich dieses Thema auch ein bisschen erörtern werde. Vorher schauen wir noch mal rein in die Ereignisse rund um den diesjährigen ESC. Guten Abend, hallo und hey, wie man das ja auch schon als Begrüßung aus dem schwedischen Möbelhaus kennt. Schweden ist Gastgeber des ESC, weil letztes Jahr die Schweden gewonnen haben. Zum inzwischen siebten Mal, was sie einem auch bei jeder Gelegenheit auf die Nase binden. Um eines gleiches Mal vorweg zu sagen, Thorsten Schorn ist eine gute Wahl als Nachfolger von Peter Urban für den ESC-Kommentar. Locker und trotzdem mit der nötigen Sachlichkeit hat er uns durch den Abend geführt. Immerhin das hat der NDR richtig gemacht. Einen kleinen Shitstorm erntete er bereits im zweiten Halbfinale. Und zwar für diesen unfassbaren Fauxpas gegenüber dem Schweizer Kandidaten und späteren Gewinner Nemo. The Code heißt der Song. Nemo hat für sich auch ein paar Rätsel lösen müssen. Laut Nemo handelt das Lied davon, die eigene nicht-binäre Identität zu verstehen. Er möchte hier einstehen für die ganze LGBTQIA-Plus-Community. Ist doch nicht zu fassen, oder? Ach, ihr habt gar nicht kapiert, was das Problem war. Er hat R gesagt und Nemo definiert sich als non-binär. Ja, Leute, es gibt tatsächlich Menschen, die deswegen sofort auf die Palme gehen. Deutlich mehr Relevanz hatten da zwei andere Dinge. Zum einen die Teilnahme Israels am Contest, denn nicht wenige waren der Meinung, das Land sei wegen seines Vorgehens in Gaza nicht tragbar. Manche argumentierten sogar, schließlich sei Russland ja auch ausgeschlossen. Wobei ich da schon einen gewissen qualitativen Unterschied sehe. Interessant ist am Ende die deutliche Diskrepanz zwischen Jury und Publikum. Während Israel von den Juries der Teilnehmerländer eher magere Punkte erhielt, gibt es von den Zuschauern ordentlich welche. Am Ende steht das Land auf dem fünften Platz. Hierbei spielte der israelische Song sicher eine große Rolle, denn er gehörte tatsächlich zu den besten Nummern des Wettbewerbs. Da stellt sich eben die Frage, wie sehr man bereit ist, Kunst und Politik zu trennen. Die ZDF-Korrespondentin Golina Attay ist sich dabei nicht zu blöd, auch noch antisemitische Verschwörungstheorien zu retweeten. Denn die Behauptung, Israel habe durch sogenannte Voting Communities die Zahl der Zuschauerstimmen künstlich nach oben getrieben, ist durch nichts zu belegen. Stattdessen bedient es nur das altbekannte Klischee, dass der böse Jude überall auf der Welt Einfluss nimmt. Als diverse Follower sie auf diesen misslübten Retweet hinweisen, reagiert Golina Attay mit Pöbeleien und blockiert zahlreiche Kritiker. Was für eine souveräne ZDF-Reporterin. Die Situation war so angespannt wie wohl noch nie in der ESC-Geschichte. Vor der Veranstaltungshalle demonstrierten etwa 8000 Menschen, darunter auch Klimaaktivistin Greta Thunberg mit Palästinenser-Tuch. Sie wurde von der Polizei abgeführt. Es war eben nicht nur eine Demo, es wurden auch Besucher am Betreten der Halle gehindert und beschimpft. Als die israelische Sängerin Eden Golan auftrat, verließen diverse Zuschauer aus Protest während der Zeit die Halle. Und auch hinter den Kulissen passierte einiges. Die Sängerin Alessandra, einst selbst ESC-Teilnehmerin, sollte für Norwegen die Jurypunkte verkünden. Sie sagte aus Protest kurz vor der Show ab. Die irische Teilnehmerin Bambi Thak hatte sich zunächst die Wörter Waffenstillstand und Freiheit auf den Körper geschrieben. Dies wurde ihr kurzerhand untersagt. Und dann noch dies hier. Der schwedische Sänger Erik Sade eröffnete das erste Halbfinale und trug während seiner Performance ein Palästinenser-Tuch ums Handgelenk. Dafür erntete er Kritik, was er wiederum als rassistisch empfindet. Die Stimmung vor und hinter den Kulissen war so aufgeheizt, dass der diesjährige ESC-Slogan United by Music da eher wie eine Farce wirkte. Und auch der zweite große Eklat des Wettbewerbs hatte wohl damit zu tun. Denn der niederländische Teilnehmer Joost Klein wurde kurz vor dem Finale disqualifiziert und durfte nicht auftreten. Was genau passiert, ist es noch immer nicht endgültig geklärt. Bekannt ist nur, dass er wohl eine Kamerafrau bedrohte und deswegen gehen musste. Es soll nun eine umfangreiche Prüfung des Vorgangs erfolgen. Da Joost Klein zu den Favoriten des Abends gehörte, wird dieser Vorgang sicherlich ein Nachspiel haben, so oder so. Denn wenn die Niederlande am Ende zu Unrecht disqualifiziert wurden, dann ist noch gar nicht absehbar, welche rechtlichen Folgen das haben wird. Der Eurovision Song Contest. Eigentlich doch ein Fest der Liebe und der Vielfalt. Doch das ist er schon länger nicht mehr, nachdem diverse Länder entweder nicht mehr teilnehmen wollen oder nicht mehr dürfen. Die Vorkommnisse in diesem Jahr stellen dabei nur einen weiteren Höhepunkt dar. Na, dann viel Spaß, liebe Schweiz, beim Ausrichten des Contests im kommenden Jahr. Ja, im Beitrag ganz vergessen zu sagen, natürlich, Deutschland hat den zwölften Platz gemacht. Im guten Mittelfeld diesmal gelandet. Zu unserer aller Überraschung. Auch zur Überraschung meines Gastes. Herzlich willkommen. CreepypastaPunch ist der größte Kanal von dir. Genau. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Christoph heißt du ja eigentlich. Genau. Man kennt dich eher unter dem YouTube-Kanal. Du hast nämlich diese Woche ein Entschuldigungsvideo gemacht. Hast gesagt, oh, lieber NDR, es tut mir leid, ich war pessimistisch. Ja. Warum hast du das für nötig befunden? Ich habe jetzt seit Jahren mich ja schon so in die Welt des ESCs reingewagt und halt vor allem sehr viel Kritik ja am NDR und an dem Vorentscheid und an den deutschen Kandidaten geübt. Das ja auch bisher berechtigt gewesen war von den Platzierungen. Und dieses Jahr war ich mir absolut sicher gewesen, dass das wieder so laufen wird. Weil wir haben wieder einen Radiosong, wir haben wieder einen schrecklichen Vorentscheid gehabt. Ja. Aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir A, Punkte kriegen irgendwo, noch dass wir so viele Punkte von den Juries kriegen würden. Und deswegen dachte ich, hey, wenn ich jedes Jahr gegen den NDR schlage und sogar noch nach dem letzten Platz nochmal draufhau und nochmal nachtrete, wäre es nur genauso fair, wenn ich letztendlich sage, hey, ihr habt recht gehabt diesmal oder ihr habt einen Glückstreffer, kann man auch sagen, aber gut. Hast du eine Erklärung dafür? Oder waren vielleicht die Mitbewerber noch schlechter als letztes Jahr? Ja, deswegen sind wir besser geworden. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das stimmt. Ich habe das auch manchmal gelesen, dass Leute einfach sagten, es war super schwach, das Teilnehmerfeld. Das finde ich tatsächlich nicht, aber es war anders als sonst. Ich glaube, letztes Jahr durch Carrier für Finnland mit Cha-Cha-Cha waren dieses Jahr viel mehr Leute auch gewillt, irgendwie von diesen mal so ein bisschen härtere Lieder zu machen. Mehr Lieder so mit Bass zum Abgehen. Und dadurch waren halt die Balladen weg, dadurch waren viel mehr Radiosongs weg gewesen. Und dadurch kann natürlich, wenn du dann ein Radiosong bist und du bist nur in einem Feld von zwei, drei anderen, kommst du vielleicht eher hervor. Und das war dieses Jahr wahrscheinlich unser Glück im Vergleich zu was wir sonst hatten. Ja, ich habe es ja auch live kommentiert und mir und den Zuschauern fiel es irgendwie auch auf, dass in der Tat der deutsche Song doch gar nicht so schlecht ist im Vergleich. Das war so die Resonanz im Laufe des Abends. Vielleicht wird es ja doch was. Ja, und dann waren wir ganz erstaunt, dass immer wieder Punkte kamen. Immer so drei, vier, fünf, offen als nur Obersleppert sich halt. Und manchmal acht oder so. Oder acht war es auch. Genau, genau. Ja, wie empfindest du denn jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Israel? Hast du da eine Meinung dazu? War es richtig, die Teilnehmerzulassen? Hätte man sie tatsächlich ausschließen sollen? Was meinst du dazu? Ich kann verstehen, dass man sagt, man hätte Israel ausschließen sollen. Also ich verstehe grundsätzlich das Argument. Ich glaube in diesem Fall aber, dass es halt nicht gleichzusetzen war mit Russland. Und ich glaube auch, dass halt die EBU hat es richtig gemacht, dass sie gesagt haben, okay, Israel darf teilnehmen, aber absolut nichts Politisches im Lied. Sie mussten es ja dreimal, glaube ich, überarbeiten, das Lied. Das fand ich halt gut. Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn andere Länder im Voraus gesagt haben, hey, wir haben ein Problem damit, wir wollen Israel Kritik anbringen für das, was sie tun. Was mich gestört hat, war, dass man das die ganze Zeit dann jedes Mal so während den Semifinals und so immer so groß präsentieren musste, anstelle, dass man so klare Statements vorher macht und das dann fertig hat. Ja, hinter den Kulissen sollte es ja ziemlich abgegangen sein zwischen den Kandidaten. Also man weiß ja noch gar nicht so genau, auch was eben den Niederländer zum Beispiel angeht, wo es klein, was das jetzt für eine Geschichte ist. Das ist ja auch eine Premiere gewesen, dass einer so kurz vorm Finale disqualifiziert wurde. Gut, da jetzt eine Meinung zu haben ist schwer, weil wir wissen ja nicht genau, was passiert ist. Wenn er Gewalt angewendet hätte oder wenn er auch klar Gewalt androht, wir haben ja keine Details. Ich finde es richtig, wenn ein Teilnehmer jemandem sagen würde, ich hau dir eine rein oder so, dass man dann sagt, hey, sowas geht nicht, dann hast du nichts auf der Bühne verloren. Aber dafür sind halt bis jetzt immer noch die Faktenlage viel zu gering, um da zu wissen, weil die Niederländer sagen, hey, das war übertrieben, es gab überhaupt nichts, was wirklich passiert ist. Und dann von anderer Seite wird es jetzt eine Anklage höchstwahrscheinlich geben. Kam, glaube ich, heute die Meldung. Ich frage mich halt, wenn jetzt rauskommen sollte, dass sie zu unrechtlich qualifiziert wurden, was passiert denn dann? Nach dem Motto, habt ihr halt Pech gehabt. Ihr hättet fast gewonnen, ihr wart Favorit mit eurem Song, aber leider war das nichts. Es ist dann wahrscheinlich so ein kleines Tut uns leid und das war es dann gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, wenn Joost sagt, hey, er hat jetzt nicht für sich entschieden, nie wieder ESC, dann glaube ich, wenn der nächstes Jahr wiederkommen würde, mit einem Song, das so auf einem ähnlichen Level, vielleicht auch sogar ein bisschen schlechter ist als Europapa, er eine super Chance hätte, weil das war ja wirklich medienwirksam wie sonst was. Ja, gut, das stimmt natürlich, ja, klar. Ja, die Schweiz hat gewonnen. Wie bewertest du den Titel? Man merkt wieder mal, außergewöhnliche Nummern kommen gut an, oder? Fand ich halt, also das Lied an sich, fand ich, war definitiv eins der besten, aber das Besondere bei der Schweiz ist halt Nemo an sich. Nemo hat so eine unglaubliche Stimmgewalt, der kann halt diesen Rap-Part perfekt hinkriegen, die hohen Töne ohne Problem, während er da auf dieser Spielplatzdrehscheibe rumhüpft. Ja, ja, das auch noch obendrein. Das ist halt, also ich, viele Leute haben sich ja im Internet wieder beschwert, weil nicht Kroatien gewonnen hat, obwohl das der Favorit war im Televoting. Aber wenn du ein Musikkontest hast und willst halt auch wirklich Qualität bewerten, dann ist halt Nemo, glaube ich, auf einem ganz anderen Level gewesen als viele andere Teilnehmer dieses Jahr. Deswegen, ich finde es gut, ich kann es verstehen, wäre mit Kroatien und Schweiz beides einverstanden gewesen. Ja, ich war auch für Kroatien, aber gut, immerhin haben sie von den Zuschauern eine Menge Punkte bekommen, ja, klar. Ja, der deutsche Voranscheid, genau. Aber nun könnte man natürlich sagen, naja, seht ihr Leute, 12. Platz, dann kann das ja alles so weiterlaufen wie bisher. Oder was wäre denn dein Konzept, was sollte sich ändern? Also dieses, lass einfach weiterlaufen, bisher wäre das Schlimmste, was wir tun können, weil es gab ja 2018. Wir hatten ja auch 2017 zum Beispiel richtig schlecht abgeschnitten mit Levina und davor mit Jamie Lee Krivitz und mit Ann-Sophie. Und dann hatten wir 2018 Michael Schulte vierter Platz gemacht und der NDR war so, hey, wir haben recht, es funktioniert problemlos, wir machen weiter und dann 2019 letzter mit Sisters. Das ist halt eine Katastrophe grundsätzlich. Und ich habe jetzt so Angst, dass der NDR das so als, wir haben es ja wieder geschafft. Ja gut, vier Jahre letzter, aber dafür sind wir jetzt wieder da. Und ich will nicht, dass wir jetzt wieder vier Jahre letzter werden, bis wir mal wieder eine annehmbare Sache haben. Deswegen, ich fände es so gut, wenn der NDR es abgibt, wenn der NDR sagt, hey, komm, wir enden jetzt für uns auf so einem Höhepunkt und jetzt geben wir anderen Leuten die Chance, weil es gibt ja diese Idee von Stefan Raab, glaube ich war das, dass halt diese unterschiedlichen Sender ProSieben, RTL und ZDF oder ProSiebenSat1 und ZDF, jeder irgendwie eine Show ausrichten dürfen und dann halt jeder schickt wen, der es versuchen kann in einem allgemeinen Finale. Ah, okay. So eine Theorie, wenn das möglich wäre, bisher gab es da noch nicht wirklich weitere Infos, fände ich aber gut. Ohne den NDR, dass der raus ist. Naja, es ist die Frage, ob die das machen. Das wäre ja auch ein Eingeständnis des Scheiterns, zu sagen, okay, wir geben das jetzt freiwillig ab. Das stimmt, und der Vorentscheid macht gut Zuschauerzahlen, das kommt da ja auch mit rein. Wir hatten ja schon mal damals mit Stefan Raab dieses Konzept, wo Lena bei herauskam, das war ja erfolgreich, die Kooperation zwischen NDR und ProSieben, das hat ja funktioniert. Also das hätte man ja auch vielleicht weitermachen können nach dem Motto, aber... Dafür brauchst du auch jemanden, der halt wirklich einen Plan davon hat, glaube ich. Und wenn ich mir teilweise angucke, wer zugelassen wird, wer nicht zugelassen wird, gerade bei diesem Electric Callboy-Thema, dann sehe ich nicht, wer da Ahnung hat von den Leuten. Es muss halt allgemein, da muss viel gemacht werden. Auch wenn jetzt 12. Platz, Isaac, super, mega toll, aber gleichermaßen die Bühnen-Performance war wieder superkomisch, superlangweilig im Vergleich, was andere Leute da auch abreißen. Und das hatten wir auch letztes Jahr bei Lord of the Lost. Die standen auf dem Gerüst und ein bisschen Feuer war da. Und bei Marley Karras, er stand im Kreis von Instrumenten, die er nicht spielen durfte. Ja, stimmt. Und was ist das für eine Bühnen-Performance, wenn du siehst, wie andere Leute dort abreißen, richtig? Ja, das ist wahr, ja. Ja, wie kommt es denn überhaupt, dass du dich für den ESC so interessierst? Weil das passt ja zu deinem üblichen Content überhaupt nicht. Das stimmt. Wo man denkt, das ist so ein Typ, der mag gerne Horror, der mag gerne Grusel. Also ESC, da wird er sich wahrscheinlich überhaupt nicht für interessieren. Wie kommt das? Also ich glaube, wenn man mich so allgemein kennt, dann würde man auch gar nicht tippen, dass ich irgendwie Horror oder sonst was mache. Ach so. Weil ich, ich meine, ich stehe hier im Flamingo-Hemd und so, das ist vielleicht auch nicht das Passendste. Ja. Aber ich habe früher den ESC, glaube ich, seit Lordi geguckt. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen horrormäßig. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwann mich in diesen Wettbewerb verliebt. Schon damals so um die Zeit mit Norwegen mit Rüberg, als er gewonnen hat. Dann Lena direkt das Jahr danach. Ja. Und das hat mich halt nie losgelassen. Weil es ist so ein extrem spannender Wettbewerb, der aber nicht irgendwie, im Normalfall, auf dass man sich gegenseitig hasst oder gegeneinander geht. Weil wenn man ein ESC-Fan ist, man kann auch andere Länder mögen. Man kann sich für andere Länder freuen. Es ist nicht nur, Deutschland soll gewinnen und fertig ist die ganze Sache. Sondern wenn Deutschland halt nicht gewinnt, aber dafür mein anderer Favorit, ist super. Und das liebe ich halt so, dass das dieses Bunte, dieses Große, dieses Schöne, Gemeinsame ist. Mhm. Okay. Ja, also Creepypasta Punch heißt dein großer YouTube-Kanal. Über eine Million Abonnenten habe ich gesehen. Auf Twitch bist du auch regelmäßig online. Mhm. Immer so um die tausend Zuschauer habe ich so gesehen. Läuft da sehr gut. Ja, was ist was, und wenn du jetzt jemandem erklären möchtest, der überhaupt keine Ahnung hat, wer du bist. Wie, so in drei Sätzen, was machst du auf deinem Kanal? Auf meinem Kanal beschäftige ich mich mit allem, was irgendwie gruselig ist. Von Horrorfilmen zu irgendwelchen Mördermysterien, aktuellen Themen oder auch zum Beispiel einfach gruseligen Geschichten, was ja so der Start des Kanals war. Oder auch Games, ne? Gruselige Games. Gruselige Games manchmal, sehr selten. Früher mehr als heutzutage. Ah ja, okay, okay. Und was ist denn, ja, was ist die Faszination von dem Ganzen? Also du hast einfach ein Faible dafür. Ja, also es hat damals angefangen, ich habe früher mit meinem Bruder, als ich viel zu jung war und er das Passwort für den Receiver kannte vom Fernseher, haben wir immer Horrorfilme geguckt. Saw und sonst was alles, während ich da mit neun saß. Oh. Und das hat vielleicht ein bisschen abgehärtet. Ja, ja. Und dann X-Faktor, das Unfassbare, mit Jonathan Frakes, das habe ich immer mit meiner Oma geguckt. Und durch diese Sachen halt ist diese Faszination immer weiter gewachsen. Ja. Und dann kamen diese Creepypastas, diese Horrorgeschichten aus dem Internet, die sich vor allem früher auch mit Videospielen beschäftigt haben. Und ich war damals ja so 15, 14, 15, habe Videospiele geliebt, Pokémon und Co. Und als ich gehört habe, das ist halt Horror, was ich interessant finde. Und diese Videospiele, die ich mag, zusammengefunden haben, hat mich das halt sofort in den Bann gerissen. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich da auch mal mit. Du führst ja die Zuschauer immer so ein bisschen hinter die Fichte manchmal. Also die Überschrift ist dann so, na hier, verschollene Fotos von einem Fotoapparat von der Titanic oder was weiß ich. Und dann am Ende sagst du, kann übrigens nicht sein, das kann nicht echt sein. Dann denkst du immer so, ja, Dankeschön. Jetzt habe ich mir zehn Minuten dein Video angeschaut. Ja. Ja, das ist so ein bisschen das Metagame, was gespielt werden muss. Das ist halt YouTube, wie es mittlerweile häufig läuft. Und ich habe mich dem Ganzen auch ergeben. Ich habe mich auch entschieden, ich sehe auch zum Beispiel im Internet, welche Videos kommen. So im amerikanischen Bereich gut an, die dann halt auch ähnliche Titel haben. Und die entscheiden sich häufig dafür, keine Antwort zu geben am Ende. Das heißt, dann wäre das Video zum Beispiel gewesen, hey, Kamera in der Titanic gefunden, ist irgendwie eine urbane Legende. Aber ich verschweige einfach, dass das logisch gesehen gar keinen Sinn machen kann. Das wäre eine Taktik, die man machen kann, aber die finde ich unschön. Und dann denke ich mir, gut, wenn ich einen Titel schreiben würde, hey, Kamera in der Titanic gefunden, ist aber Schwachsinn, guckt sich's keiner an. Also machen wir, dass ich wenigstens noch den Mehrwert am Ende gebe. Aber es sind ja auch Geschichten dabei, die tatsächlich echt sind, guck ich aus. Was war denn für dich so die unfassbarste Geschichte? Die unfassbarste Geschichte von denen, die echt sind? Ich glaube, was ich extrem interessant finde, sind einfach Mysterien, die zwar echt sind, aber die nicht komplett aufgelöst werden konnten. Es gibt so zum Beispiel ein Mysterium von drei Männern, die in so einem Leuchtturm stationiert waren. Und als dann, die haben normalerweise immer ihre Rationen gekriegt, kamen immer ein Boot mit neuen Sachen, die sie brauchten, Essen, Verpflegung und Co. Und eines Tages kamen die, aber keiner von den Leuchtturmwärtern kam raus. Und dann haben die sich den Leuchtturm angeguckt und haben da ein Logbuch drin gefunden. Und in diesem Logbuch hatte einer der Leuchtturmwärter geschrieben, was passiert ist. Und er hat dann geschrieben, dass sie quasi durchgedreht sind, dass sie während des Sturms Angst hatten, dass sie sterben würden. Und es gab überhaupt gar keinen Sturm in der Region, während der Zeit auch, wo er das geschrieben hat. Aber im Inneren sind halt die Stühle umgeworfen, Essen steht auf dem Tisch vergammelt, so als wären sie geflohen. Die Schutzwesten, also die Rettungswesten wurden aber da gelassen. Und das sind halt die Mysterien, die ich interessant finde, wo du bis heute keine Antwort finden kannst. Theorien, aber halt mehr auch nicht. Ja, klar. Barschel hast du auch zum Thema gemacht, habe ich einmal gesehen in einem Clip, von Parteien verschiedene Sachen und so weiter. Ja, du hast ja auch immer so ein Talent, das auch immer so einer Inbrunst immer vorzutragen. Immer diese gruselige Musik im Hintergrund. Also es ist stimmungsvoll. Ich bin ja schon länger auch Follower deiner Videos, weil ich es immer interessant fand. Und man gibt sich immer so eine Völle Stunde da hinein in diese gruselige Welt. Gibt es denn auf der anderen Seite wiederum Verschwörungstheorien, die du persönlich, an die du glaubst? Habst du an UFOs oder irgend sowas? Oder würdest du dich selber trotzdem als total bodenständiger, realistiker bezeichnen? Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich mache ja auch, ich habe Videoreihen, wo ich Rituale probiere, weil ich glaube nicht an Rituale. Deswegen habe ich auch keine Angst, ein Ouija-Brett zu benutzen oder sonst was zu machen, weil da gibt es für mich keine Logik hinter der Sache. So etwas wie Außerirdisch oder so würde ich nicht verneinen, dass es so etwas geben kann. Aber bei den allermeisten Sachten bin ich halt komplett, komplett skeptisch. Vor allem auch, wenn es um Verschwörungstheorien geht, weil was man da so manchmal liest, von Flacherde zu das englische Könighaus sind Vampire. Und da gibt es Leute, die wirklich daran glauben und dann denkst du dir so, okay, da kommst du auch nicht gegen an. Ich habe ja auch Videos gemacht, wo ich darüber geredet habe, über dämliche Verschwörungstheorien. So etwas wie Finnland existiert, nicht und Co. Und dann redest du darüber und denkst halt, wir alle sollten ja auf einem Stand sein, dass wir merken, hey, das englische Könighaus sind keine Vampire. Und dann gibt es Leute, die einen dafür hassen, dass man das sagt. Und dann kriege ich Privatnachrichten und Morddrohungen, weil ich gesagt habe, das englische Könighaus sind natürlich keine Vampire. Und ich denk mir so, wow. Morddrohungen? Ja, ja. Immer wieder. Kommt immer wieder vor. Ja, ja, ja. Ja, die Flacherde, das hat aber wieder so ein bisschen zugenommen, habe ich das Gefühl. Also vor 20 Jahren hat da kein Mensch drüber geredet. Ist das auch so ein bisschen so ein Phänomen eben in den sozialen Medien, dass die Irren sich einfach finden und sich zusammenschließen? Oder wie erklärst du das? Ich glaube, dass eine Bubble finden, die einfach die Sachen, die man denkt, noch verstärkt, ist ganz gefährlich. Vor allem jetzt in Zeiten von TikTok, wo halt in einem Kurzvideoformat von meistens maximal einer Minute ist halt nicht so viel Platz für Wahrheit. Und deswegen, gerade bei jungen Leuten, verbreiten sich dann weiter solche Lügen und ohne irgendwen, der es aufklärt. Weil es gibt ja auch TikTok-Kanäle, die versuchen, Sachen aufzuklären, aber die haben viel weniger Aufrufe, verbreitet sich einfach dieser ganze Blödsinn, dieser ganze Schmutz viel, viel stärker. Also ich glaube, das wird noch viel weiter zunehmen. Ja, und da was dagegen zu tun, ist ja auch sehr, sehr schwierig, würde ich mal sagen. Man kann aufklären, so viel, wie es halt geht. Wenn zum Beispiel irgendwie, mich schreiben ja manchmal Zuschauer an, hey, das geht gerade auf TikTok rum. Ich habe Angst, weil da wird davon gesprochen, Asteroid schlägt in die Erde ein, am so und sovielten. Dann ist es halt auch, wenn ich dann... Oder eine Giftwolke aus Polen, hast du vor kurzem gemacht. Oder die Giftwolke aus Polen, wo Leute mich anschreiben, weil sie denken, sie werden jetzt ersticken und dürfen nicht rausgehen. Und wo du dir halt so denkst, ja, manche reden vielleicht über Sachen wie beim Asteroid oder so, dass wir alle sterben werden. Aber versuchen zwar spannend, ich bin im Horrorkanal, spannend darüber zu reden, aber trotzdem den Leuten zu zeigen, hey, glaubt nicht alles. Egal, was ihr da hört. Ich sage auch ganz oft am Ende des Videos, glaubt niemanden direkt, den ihr im Internet seht. Glaubt auch mir nicht. Wenn ihr bei irgendetwas skeptisch seid, recherchiert. Ja. Ja, du hast selber auch ein Buch geschrieben mittlerweile, ein Horror, mit Horrorgeschichten. Ja. Und das ist dann einfach so ein Drang mal gewesen, nach all den Geschichten, die du erzählt hast, von anderen mal selbst sich zu versuchen? Oder bist du da schon sowieso irgendwie immer schon affin für gewesen? Also ich war tatsächlich, was Horrorgeschichten angeht, schon immer sehr affin, weil die meisten Geschichten früher, die ich hochgeladen habe auf dem Kanal, waren immer schon von mir. Ah ja. Die ganzen, ich habe den Kanal angefangen mit Geschichten, die ich geschrieben habe, weil die sonst keiner vorlesen wollte, weil sie schlecht waren. Ja. Und dann habe ich die halt immer weiter aufgeschrieben und einmal habe ich dann so ein paar Geschichten für den Kanal geschrieben gehabt und dachte mir, eigentlich sind die voll gut. Warum nicht sie mal zusammenführen als ein Buch und das Ganze mal so versuchen, mal so rauszubringen. Ja. Weil ich, mein Hauptziel war es nicht, dass das irgendwie gut verkauft wird oder sonst was, sondern sehr egoistisch. Ich wollte so ein Ding für mich zu Hause haben, was ich hinstellen kann und was meine Eltern hinstellen können. Ah ja, okay. Und deswegen habe ich es mal versucht und hat geklappt. Oder bei einem Verlag, Selbstverlag oder wie hast du das gemacht? Nee, über einen Verlag, Community Editions. Ah ja. Die haben das dann gemacht, da hat sich mein Management darum gekümmert, dass da der Kontakt hergestellt wird. Ja, ja. Was sehr gut ist, weil ich habe von sowas absolut keinen Plan. Nee, nee, genau, richtig. Und deswegen, über die lief das dann und da kümmert man sich halt um alles. Und ich muss natürlich nur die Geschichten und das Lektorat durchgucken, wo nur drin steht, dass ich nicht gut in Grammatik bin und nicht gut in Rechtschreibung bin. Das ist das Schöne. Ja, genau. Ja, gut, dass man jemanden hat, der das dann nochmal überarbeitet. Ja. Da war ich auch sehr dankbar. Ja, du hast, im Grunde hast du, glaube ich, drei YouTube-Kanäle, ne? Mindestens drei. Drei habe ich zumindest gefunden. Drei große, viele stillgelegte. Klitschnack gibt es noch und Creepsn. Ja, Creepsn. Creepsn, na Creepsn, so wird es ja besprochen. Bei Creepsn ist es ja so, da hast du gesagt, alles, was nicht mit Horror zu tun hat. Hast aber eine Horrornacht in dem Hotel hier um die Ecke verbracht. Das ist auf dem Kanal veröffentlicht worden. Also ganz konsequent bist du da nicht irgendwie. Nee, also ich glaube, es geht immer, Horror kriegst du aus mir auch nicht raus und vor allem bei sowas, das hat sich angeboten. Das wäre nichts für den Hauptkanal gewesen. Aber so mal eine Nacht in so einem richtig, richtig schlimmen Hotel, da hält es auch für mich einfach der Drang, das will ich auch mal erlebt haben. Weil sonst geht man wirklich nur in die Besten, die man finden kann. So Rezensionen durchgucken, mindestens so und so viele Sterne. Ja, weil bei uns um die Ecke tatsächlich befindet sich das offensichtlich schlimmste Hotel Deutschlands. Und wenn man es schon von außen sieht, ahnt man auch schon, wie es da drinnen aussieht. Ja, man ahnt auch nicht, dass es ein Hotel ist. Also nichts an diesem Gebäude strahlt Hotel aus. Weder der Parkplatz, der übersät ist von Müll und Ratten, noch halt die Fassade, die aussieht wie ein Bunker. Mittlerweile haben sie ja die Leuchtreklame komplett abgeschaltet. Die war ja damals noch oben und dann fielen immer mehr Buchstaben aus. Bei Hotel leuchtet nur noch das H und das E nur noch und so weiter. Und das sah irgendwann so scheiße aus, da haben sie es irgendwann ganz abgestellt. Haben auch nicht mal investiert, vielleicht mal eine neue Leuchtschrift. Nee, nee. Ich finde schön, in dem Logo selbst ist so ein, in dem O ist ein Smiley drin. Ja. An diesem Gebäude macht dich nichts glücklich. Ja, es ist sehr lustig, die Google-Bewertung dazu zu lesen. Das macht sehr viel Spaß, genau. Ja, und ansonsten, du lebst auch davon, von dem, was du da machst, ne? Und du hast schon mal in einem Video irgendwann Erfahrungen mit Funk, hast du auch mal drüber gesprochen, weil die mal irgendeine Anfrage gestellt haben. Da ging es doch wegen Rezo, in dem Zusammenhang hast du mal davon erzählt. Also mit Funk wegen Rezo? Ja, Rezo hat ja mit Steuerung F diese Erfahrung gemacht und da hast du in dem Zusammenhang auch was erwähnt, was Funk dich mal angeschrieben hat, für irgendeine Recherche. Also, ja, genau, wegen einem TikTok-Video. Ja, genau. Irgendwie sowas, ja. Da wurde ich vom Funk angeschrieben, weil die, weil ich über ein, also ich habe ein Kurzvideo auf Short und TikTok gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass es so Codewörter an, also so öffentlichen Plätzen gibt. Und da gab es das Codewort an Bahnhöfen von, ich glaube, Inspektor Sands war das, wo es darum geht, dass wenn dies ertönt, ist das ein Codewort, das irgendwo zum Beispiel eine Gefahr gerade ist, ein Feuer zum Beispiel, damit aber die Gäste nicht in Panik verfallen, sondern nur die Leute reagieren können, die das Ganze auch machen. Und die Sache war, ich habe dann eine Nachricht gekriegt von Funk und diese Nachricht war unfassbar passiv-aggressiv geschrieben und war auch so gewesen mit, hey, antworte bis morgen, so abends geschickt, antworte bis morgen, damit wir deine Reaktion haben können. Und dann habe ich das aber nach 15 Minuten gesehen, habe sofort geantwortet, weil die hatten quasi gesagt, hey, wir haben herausgefunden, das gibt es gar nicht in Deutschland, das stimmt nicht, was du sagst, das gibt es nur in Großbritannien. Und dann habe ich denen halt auch zurückgeschrieben, dass ich ihnen ein Video sage, wenn ihr es hört in einem Bahnhof, dann ist es ein schlechtes Zeichen, dass ich nicht gesagt habe, ihr hört es in Deutschland, sondern wenn ihr es irgendwo durch die Lautsprecher hört, wird es wohl eine Bedeutung auch diese Bedeutung haben. Und dann habe ich denen auch die Quellen geschickt, wo ich die ganze Sache her habe, wo das Ganze steht und das haben sie entschieden zu ignorieren. Und dann kam irgendwie eine Woche später das Video von denen dazu, wo sie das halt aufklären und nichts erwähnt von den Dingen, die ich gerechtfertigt habe, die ich richtig gestellt habe. Aber ja, das ist halt, wer so arbeiten will, der kann auch so arbeiten. Also Funk wäre für dich keine Option? Also ich habe von Funk bisher noch nicht viel Positives gehört. Ich hatte selber mit denen noch nichts zu tun, das kann jetzt ja ein Einzelfall gewesen sein, diese Leute. Ja, an Rezo siehst du ja, dass es kein Einzelfall ist. An Rezo auch kein Einzelfall. Ja, also ich finde halt, weiß ich nicht, wenn du so bei Funk bist, für die Öffentlich-Rechtlichen, dann sollte für dich auch ein ganz anderer Standard gelten, wie du recherchieren musst. Und finde ich, sollte auch, gerade weil es ja auch Steuergeld bezahlt ist, sollte das auch sehr seriös sein. Und das ist es halt nicht. Stand jetzt. Und das ist halt hochgefährlich. Ja, dann bleib also unabhängig und mach dein Ding weiter. Ich werde dich weiter mit Interesse verfolgen. Das ist für mich sehr. Hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und dann alles Gute weiterhin. Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Und bestellt sein Buch hier, Gesichter der Furcht. Wie heißt der Verlag? Community Editions. Also ab zu Amazon. Gibt es das auch, ne? Amazon? Ja, quasi überall. Alles klar. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Wollt ihr mehr Mediatheke-Beiträge sehen, dann abonniert die Sendung auf Massengeschmack.tv. Sie erscheint jeden Samstag und es sind viele Beiträge dabei, die auf YouTube gar nicht hochgeladen werden. Es lohnt sich also, jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.